Eine junge, sympathische Frau steht auf einem Stuhl und streckt begeistert ein großes Schild in die Luft, auf denen großen Lettern Hashtag Ich steh auf zu lesen ist. Und genau heute, am 6. Juni um 9.30 Uhr, sollen Schulen in ganz Deutschland aufstehen, um ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt zu setzen. Im Klassenzimmer, in der Tonhalle, auf dem Schulhof oder auf dem Marktplatz. Worum geht es bei der bundesdeutschen Aktion, die seit dem April dieses Jahres operativ vorbereitet worden ist? Stehen wir in Deutschland am Vorabend eines Putschversuchs? Geplant und durchgeführt wird die Aktion Hashtag Ich steh auf, Schulen für Demokratie und Vielfalt, weder vom Bundesministerium für Bildung und Forschung noch von einem Kultusministerium der Länder. Federführend für diese bundesweite Aktion ist eine rein private Stiftung, die Robert-Bosch-Stiftung, die sich in Zusammenarbeit mit der privaten Heidehof-Stiftung sowie mit der ARD und der Zeitverlagsgruppe gleich selbst beauftragt hat, sich der Demokratiebildung an Schulen anzunehmen. Und damit die selbstorchestrierte Aktion im Licht des staatlichen Heiligenscheins erstrahlt, steht sie unter der höchstpersönlichen Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Das bedeutet, eine private Kapitalgesellschaft in Form einer GmbH, die nur in ihrem Namen die Rechtsform einer Stiftung trägt, aktiviert am heutigen Tag bundesweit schulpflichtige junge Menschen aufzustehen und auf ihre Stühle zu steigen, um für Demokratie und Vielfalt Haltung zu zeigen. Und damit die Schüler auf ihren Stühlen auch die korrekte Haltung zeigen, werden sie von ihren Lehrern mit Dossiers vorbereitet, die auf dem hauseigenen Internetportal der Robert-Bosch-Stiftung, deutsches Schulportal, wohlpräpariert unter Titeln wie die folgenden angepriesen werden. Was können Schulen gegen Rechtspopulismus tun? Oder Ostdeutsche Schülerräte warnen vor Rechtsextremismus an Schulen. Oder Ich wollte diesen Rechtsextremen die Stirn bieten. Damit erübrigt sich sogleich jede politische Analyse. Der Feind steht rechts. Die eklatante Einseitigkeit dieser politischen Fitnessaktion springt ins Auge. Und der gewählte Zeitpunkt ist entlarvend. Drei Tage vor den Europawahlen, an denen in Deutschland die 16- und 17-Jährigen mitwählen dürfen. Zwei ganze Jahrgänge bundesdeutscher Schüler werden durch eine private Stiftung trainiert, damit sie nicht an der falschen Stelle das Kreuz machen. Mit Demokratieförderung und politischer Bildung hat dies nichts gemein. Im Gegenteil, vom Staat oder von privaten Akteuren inszenierte, gruppendynamische Aktionen wie die heutige missbrauchen jugendliche Begeisterungsfähigkeit. Aktionen wie Hashtag Ich steh auf sind Verführungsinstrumente totalitärer Systeme und stehen im krassen Gegensatz zum pädagogisch-didaktischen Repertoire seriöser politischer Bildung. Diese Schüler unterstehen der Schulpflicht und werden in einem asymmetrischen Lehrer-Schüler-Verhältnis gezwungen oder geködert, sich auf den Stuhl zu stellen und sich den angeblichen Feinden der Demokratie entgegenzuwerfen. Bauch statt Kopf, Gefühle statt Verstand. Seriöse politische Bildung darf den vom Staat zwangsverpflichteten Schülern nicht mit vorgefertigten Positionen überrumpeln und ihn damit in der Erarbeitung eines selbstständigen Urteils hindern. Denn exakt an dieser Stelle verläuft die Grenze zwischen politischer Bildung und Indoktrination. Im berühmten Beutelsbacher Konsens von 1976 wird dies als Überwältigungsverbot definiert, weil der Lehrer grundsätzlich institutionell und bildungsmäßig nicht auf gleicher Augenhöhe agiert wie seine Schüler. Das zweite Grundprinzip des Unterrichts gemäß Beutelsbacher Konsens, nicht nur des Politikunterrichts, ist das Kontroversitätsgebot, nämlich dass gesellschaftlich kontrovers diskutierte Themen wie beispielsweise die Migrationspolitik oder der Klimawandel im Unterricht durch den Lehrer kontrovers dargestellt und von den Schülern methodisch vorbereitet erst erarbeitet werden müssen. Dass dies in der Schulpraxis im Rahmen des heutigen Aktionstags angewendet wird, ist kaum zu erwarten. Angesichts der einseitigen Lehrmittel, wie sie auch durch die Bundeszentrale oder die Landeszentralen für politische Bildung flankierend angeboten werden, muss die Einhaltung dieses Gebots in Zweifel gezogen werden. Nicht Unterordnung und Gleichordnung sollen von der Schule unterstützt werden. Erst die Schulung methodischer Analyse und Recherchefähigkeiten die Entwicklung politischer Urteilskraft und die Erarbeitung politischer Handlungsfähigkeit befähigen zur Teilhabe an demokratischen Prozessen. Haltung zeigen ist weder eine pädagogische noch eine didaktische Kategorie. Der um sich greifende Aktionismus an den Schulen wie Demos gegen Rechts, Klimastreiks, vegane Wochen, Courage gegen Rassismus oder für die Demokratie auf Stühle zu steigen, fördern einzig blinde Gefolgschaft. Keineswegs die Erziehung zum mündigen Bürger. Also, liebe Schüler, runter von den Stühlen und reflektieren, was da am 6. Juni 2024 mit euch veranstaltet worden ist. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020